Jesus liebt den Sünder, aber hasst die Sünder. Lasst uns gegen die Islamisierung gewaltfrei und friedlich kämpfen. Lasst uns für die Bekehrung der Muslime als arme Sünder den Rosenkranz beten. Liebt eure Feinde. Lasst uns gegen allerlei Gewalt, Vergewaltigung, Mord, gewaltfrei mit dem Liebesflammen Rosenkranz kämpfen. Lasst uns für die Mörder, die durch Hass verblendet sind und Sklaven und Werkzeuge Satans sind, mit dem Liebesflammen Rosenkranz kämpfen. Und beten, damit sie sich bekehren können und sollen. Lasst uns für die Opfer und deren Angehörige Rosenkranz beten. Beten wir für alle. Deutschland wach endlich auf. Gewaltfrei für eine gerechte Welt in Deutschland. Bewerbe, Hasen Werbe, Hasen Geherbe, Hasen